Herzlich Willkommen bei Schwagers BBQ. Moin. Heute machen wir ein wunderschönes Lamm-Carré. Und das ist das perfekte Fingerfood. Das haben wir jetzt ungefähr sechs, sieben Stunden mit richtig frischen Kräutern und eine ordentliche Menge Knoblauch eingelegt. Das geht ruckzuck. Welche Zutaten wir brauchen, seht ihr jetzt in der neuen Folge von Schwagers BBQ. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unser Lamm-Carré und vor allem für die Würzpaste, in der wir das Lamm-Carré nachher einlegen, brauchen wir gar nicht so viele Zutaten. An erster Stelle haben wir hier ein herrliches Lamm-Carré. Da haben wir hier oberflächlich schon mal die Sehnen entfernt. Die schmecken einfach nicht, die ziehen sich zusammen und werden ledrig. Dann haben wir hier herrlich frische Gartenkräuter. Zum einen Rosmarin, Thymian und Oregano. Also richtig schön kraftvolle Kräuter. Dann vorbereitet haben wir uns noch ein paar Zitronenzesten und der, das ist junger Knoblauch, genau Gartenknoblauch. Der ist vom Aroma richtig schön mild, passt herrlich zu dem Lamm-Carré. Und dann werden wir noch den Saft von so einer halben Bio-Zitrone, von dem wir auch die Zesten schon haben und gutes Olivenöl. So, als nächstes nehmen wir unser Lamm-Carré und werden das hier vorne in so eine Tupper-Schale einlegen. Da kann es erst mal warten, bis wir die Marinade fertig haben. Und dann geht es eigentlich an die restlichen Zutaten. Den Knoblauch haben wir jetzt schon vorgehackt. Den werden wir jetzt noch einmal kurz durchhacken, dass es schön fein ist. Das muss nicht, wer weiß, wie grob sein. Einfach nur mal, dass die Stücke einigermaßen gleichmäßig sind. Das tun wir dann auch schon hier mit zu dem Lamm. Die Zitronenzesten, die werden wir jetzt einfach nur grob in feine Streifen schneiden und dann ein bisschen würfeln. Das soll schon reichen. Ein irres Aroma breitet sie hier wieder aus. Richtig, richtig schön. Lamm und Zitrone, Knoblauch, das gehört für uns einfach zusammen, passt wunderbar. Und apropos Zitrone, den Saft einer halben Zitrone werden wir auch noch benutzen. Achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall Bier und eine Bio-Zitrone nehmt. Wir haben sie zusätzlich noch mal heiß abgespült. Man weiß ja nie. Und da geben wir jetzt so den Saft richtig schön drüber. Nicht verschwenderisch sein. herrlich. Und dann kommen wir auch schon zu den Kräutern. Wir haben von jedem, von jedem Kräutern haben wir ungefähr so zwei, drei Stränge. Das ist auf die Menge völlig in Ordnung. Da schneiden wir jetzt unten den Strunk ab. Das holzige brauchen wir nicht. Und dann einfach nur runterschneiden, grob zerhacken. Das muss nicht fein sein. Einfach nur, dass man es gut vermischen kann. Und das kommt oben drüber. Leute, Geruchsfernsehen, das ist echt die nächste Entwicklung für YouTube. Richtig, richtig schön. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch ein Schluck Olivenöl rein. Welches ihr da nehmt, ist prinzipiell euch überlassen. Nehmt ein schönes, schönes natives. Und da gibt so viel Olivenöl rein, dass der Boden leicht benetzt ist. Das muss nicht schwimmen. Und dann einfach nur alles miteinander vermengen. Feiern die Aromen eine kleine Feier. Und massiert das ruhig in das Fleisch mit ein. Das war es auch schon an Vorbereitung. Schön die Kräuter oben drauf. So kommt das Ganze jetzt ungefähr für die nächsten vier bis fünf Stunden abgedeckt im Kühlschrank. Kann richtig schön durchziehen. Und dann sehen wir uns am Grill wieder. So Leute, ich habe hier zwei wunderschöne Lamm-Carré vor mir liegen. Die hat Arnd heute Mittag vorbereitet. Also die liegen seit sechs Stunden hier drin in diesem Sud. Und das erste, was hier einem entgegenkommt, wenn man die Frischhaltefolie runter macht, ist auf jeden Fall so ein Knoblauch und frische Gewürzegeruch. Das ist so eine richtige Bombe. Der schießt einen direkt in die Nase. Gut, so sehen die guten Stücke aus. Ich mache jetzt das ganze Zeug hier ab. Die ganzen Gewürze einfach mal ganz grob runter mit den Fingern. Und das, was noch drauf ist, das könnte alles verbrennen. Deswegen hauen wir das alles hier schneller Hand runter und tupfen das ganz leicht ab. Arnd kann sich das Grinsen im Hintergrund nicht verkneifen, weil ich glaube, der freut sich da auch auf dieses Lamm hier. An dieser Stelle schönen Gruß an den Beef Shop. Ach, Beef Shop Bielefeld. Beef Shop Bielefeld, ganz genau. Da haben wir nämlich dieses tolle Fleisch. So, Fleisch steht bereit. Der Grill ist vorgeheizt und ja, jetzt sehen wir uns am Grill. So, Leute, der Grill ist ordentlich vorgeheizt und jetzt kommt unser Lamm da drauf. Wir haben eine direkte und eine indirekte Zone gebildet und als erstes kommt natürlich dieses wunderschöne Fleisch. Das kommt als erstes richtig schön heiß angebraten. Ich glaube, wir machen so je Seite fast eine Minute. Mal scharf anbraten, zwischendurch gleich kurz wenden und gucken wir mal, wie das gleich aussieht. So, Deckel kurz drauf und wir warten mal 30 Sekunden und dann wenden wir das Stückchen nochmal um 45 Grad, um vielleicht hoffentlich ein schönes Muster zu erzeugen. 15 Sekunden, 20 Sekunden noch. 1, 2, 3. So, nach 30 Sekunden noch einmal drunter geschaut. Boah, Rosmarin knallt hier ein richtig in die Nase. Das Fleisch löst sich. Na, Brandmarks sieht man nicht. Aber wir wenden das trotzdem mal. Boah, das ist ein schönes Aroma. Junge, Junge, Junge. Und für die weitere Minute einmal wieder rin. So, weitere Minute ist rum. Wir öffnen wieder den Deckel. Boah, ey, das ist unbeschreiblich. Jetzt riecht es wirklich richtig, richtig gut nach Lamm. Röstaromen hat das bekommen. Wir stellen das nochmal so ein bisschen auf, um das Fleisch von unten nochmal anzurösten. So. Boah, guck es dir an. Ist das schön. Ich freue mich da schon drauf. Deckel wieder drauf. Klasse. Wir haben eine etwas niedrigeren Temperatur. Die wird jetzt hier runter geregelt im Kugelgrill. Und die geplante Kerntemperatur ist bei 55 K. Und wenn wir so weit sind, sehen wir uns wieder. Während unser Lamm jetzt im Grill auf die gewünschte Kerntemperatur kommt, wollen wir dem Ganzen noch so einen gewissen Schliff geben. Und dann haben wir jetzt hier einfach nur normalen Honig. Und hier haben wir Öl und noch einige von den Kräutern. Da ist Oregano drin, ein bisschen Knoblauch ist drin, Rosmarin und Thymian. Und das ist da ja genau so, ja, schon, ich sag mal so sechs, sieben Stunden drin. Richtig schön durchgezogen. Und Lamm und Honig passt wunderbar zusammen. Und da kommt jetzt einfach nur so ein, ja, ich sag mal so ein Esslöffel rein. Mehr braucht das gar nicht auf der Menge. Das wird so untergerührt. Und wenn sich das richtig schön vermengt hat, kommt das gleich noch über das Lamm. Und gibt dem hoffentlich einen schönen Glanz, aber noch so eine Geschmacksnote dazu. Das ist das Wort. Ja, das wäre es auch schon. Salzen und Pfeffern tun wir später. Und wenn das ungefähr so bei 40, 45 Grad ist, dann träufeln wir das da drüber. So, da ist das beste Stück hier. Bei 56 Grad schnell nochmal rausgehoben. Und jetzt lassen wir das zwei, drei Minuten ruhen hier auf dem Bräckchen. Decken das kurz mit einer Alufolie ab. Und dann geht's weiter. Ein richtig, richtig tolles Aroma, was hier aufsteigt. Es ist wahnsinnig geil. Also, wir freuen uns da wirklich drauf. Jetzt trennen wir die einmal voneinander. Und schneiden das einmal kurz an. Und wie Arndt es, glaube ich, schon erwähnt hat, Salz und Pfeffer sind noch nicht drauf. Das machen wir gleich aber als nächstes. Boah, guck dir das an. So, ich schneide einmal kurz an. Gucken, wie der gar gerade ist. Das Messer rutscht hier durch. Ja, nee. Guck, es ist dir an. Ist das ein Wahnsinnsergebnis. Boah. Guck, guck dir das an. Hundertprozentig. Also, 55 Grad wollten wir. Bei 56 Grad haben wir es rausgeholt. Zweige kommen hier ran. Ich schneide hier noch ein, zwei ab. Und dann kannst du noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Eieiei, ist das saftig. Wahnsinn, oder? Guck, es ist dir an. Nicht zu viel Pfeffer. Nicht zu viel Pfeffer. Ein bisschen grob. Brust, ne? Spät, was wir brauchen. Cheers, bei dir. Saft, Saft. Was für ein Traum. Der volle Lammgeschmack. Aber so aromatisch. Mit Rosmarin, ganz bisschen Salz jetzt dazu. Und das Interessante ist, so diese leicht karamäisierte Zucker, beziehungsweise Honig von oben drauf, das habe ich auch rausgeschmeckt. Da habe ich echt bezweifelt. Aber 100. Man schmeckt wirklich die Gewürze. Das ist einfach nur fantastisch. Und ganz ehrlich, bitterzart. Alter, und das tropft. Das tropft dir wie Sau. Zweites Mal. Prost. Das ist das perfekte Fingerfood. Das geht ruck. Es bedarf weniger Zutaten. Wahnsinn. Und es ist vielleicht auch für jemanden, der vielleicht so ein Anfänger ist, was Lamm angeht. Das hat nicht diesen intensiven Hannel-Geschmack, vielleicht wie so eine Keule, sondern ein ganz zartes, sanftes Aroma, was durchkommt. Wir sprechen eine ganz klare Empfehlung aus. Leute, macht das unbedingt mal nach. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben, kommentiert unser Video und abonniert unseren Kanal. Ansonsten sagen wir, vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.